Eine nostalgische Gelddruckmaschine trifft auf eine liebevolle Umsetzung. Naja, mit einem Ausreißer. Und damit Ahoi Küstenkinder und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe euch heute eine weitere Neuheit aus dem Juli 2023 mitgebracht. Damit haben wir alle drei großen Neuheiten von Lego hier auf meinem Kanal gehabt. Das Disney-Schloss, die Hexenhütte von Hokus Pokus und jetzt auch hier die Eldorado-Festung mit der Z-Nummer 10-3-2-0. Cool. Eine UVP von 2,49 Euro haben wir hier bei 2.500 Teilen. Da haben wir den ersten Punkt, den sie richtig gemacht haben. Wir haben hier einen Teilepreis von 8,57 Cent zur UVP. Vielen lieben Dank dafür, Lego. Ein super cooler Preis, sehr schön eingepreist. Für Lego-Verhältnisse fair eingepreist. Vor allem, wenn wir uns auch die 100-Gramm-Geschichte anschauen. Das Set wiegt als aufgebaut 2.192 Gramm. Das macht dann 9,81 Euro pro 100 Gramm. Alles unter 10 Euro ist bei Lego wirklich fair. Mehr können wir nicht erwarten, also mehr im Sinne von noch günstiger. Das ist wirklich fair eingepreist und ich freue mich darüber. Und ich hoffe, dass dieses Set nicht voll exklusiv bleibt, sondern auch noch in den Handel geht. Das weiß ich gerade nicht 100%. Und wenn es eine Rabatte geben sollte, ist das hier ein absolut guter Deal. Also super cool und fair eingepreist, die ganze Geschichte. Wir haben dazu auch noch 8 Minifiguren. Das muss man auch noch erwähnen, Papagei und Affen. Also das ist cool. Mehr ist bei Lego nicht zu erwarten und da freuen wir uns einfach mal drüber. Dieses Set hier ist eine Neuauflage eines Sets von 1989. Damals das Eldorado Fortress hieß also genauso, war die Set Nummer 62, 76. Ich finde, sie haben es sehr, sehr, sehr gut umgesetzt und getroffen. Das sieht sehr ähnlich aus wie damals. Wir haben nicht mehr diese feste 3D-Grundplatte dabei, die so eine Spritzgussform war, sondern hier wird alles gebaut. Deswegen erheblich mehr Teile. Aber es haben sie sehr gut eingefangen. Und wir haben sogar noch ein Schiff hier mit dabei. Das war beim Original-Set nicht dabei, war aber in einem anderen Set mit drin in der 62, 77 im Imperial Trading Post. Und das haben sie hier mit reingebracht. Also eine Nostalgiebombe hoch 10. Und die wissen natürlich, dass das alle Nostalgiker kaufen werden und sich darauf stürzen werden. Damit wird guter Umsatz generiert werden. Und ich glaube, nicht nur Nostalgiker. Das ist auf Garantie in meinen Augen auch was für Kids von heute. Da werden die Riesenspaß mit haben. Das ist ein richtig tolles Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk mit, wie gesagt, einem Ausrutscher. Auf den komme ich gleich zu sprechen. Das ist ein bisschen böse und ärgerlich, finde ich tatsächlich, weil das kann doch zu Frust führen hier und da wieder. Und eine Qualitätsmarke kriegen sie nicht weg bei Lego, aber alles andere ist eine coole Geschichte. Und wir werden jetzt ganz viel Spaß haben, uns dieses Set hier einmal anzuschauen. Es ist unfassbar warm hier. Draußen über 30 Grad. Hier drinnen meine Scheinwerfer. Und was hilft dagegen am besten? Natürlich ein Schluck frisches, klares Wasser. So viel Zeit muss sein. Hat natürlich nichts mit irgendeiner Werbung oder irgendeiner Form zu tun, dass ich jetzt hier eine Tasse zu stehen habe. So, wir schauen uns die Verpackung an. Wie immer zuerst. Dann die Anleitung, die Figuren und dann das Set. Wir haben dieses klassische Legoland-Design von damals. Hier stand damals Legoland. Jetzt steht hier Eldorado Fortress. 18 years and up. Meiner Meinung nach auch für Kids geeignet. Aus vielen Gründen. Die sage ich euch während des Reviews hier jetzt einmal. Von hinten sieht es so aus. Ihr habt ganz viele Szenen drauf abgebildet. Schön Design, schön gestaltet. Und was mir hier einfach gefällt, ist, dass wir auch als 18 Plus Set keine langweilige Verpackung haben, die jetzt irgendwie nur schwarz ist. Wie bei den klassischen 18 Plus Sets. Nein, wir haben eine schöne bunte Geschichte mit Bildchen drauf. Und das gefällt mir hier oben nochmal. Die Minifiguren, die enthalten sind. Genau. Karton zur Seite. Die Anleitung. Die Anleitung besteht aus vier Anleitungen. Das ist sehr cool. Schaut mal. Vier Stück sind es. Wir haben von diesem kleinen hier drei Stück. Und von dem großen, also eine große, ich weiß nicht warum. In jeder Anleitung wird ein Element dieses Sets gebaut. Ein weiterer Pluspunkt. Dieses Set ist modular. Auch da hat Lego hingehört. Modular mögen die Leute. Ich kann das Ding anders kombinieren. Sehr geil. Also in jeder Anleitung habe ich einen Block für sich. Theoretisch können es also vier Leute gleichzeitig bauen. Vier Familienmitglieder. Das ist cool. Genau. Heft 1 ist dieses kleine Heft hier. Wo vorne typischerweise noch ganz viele Infos zu dem Set, zu der Entwicklung, zu allem drinstehen. Wie das damals aussah. Da ist ein Bildchen drin. Wie es heute aussieht. Also hier ist ein direkter Vergleich einmal. Damals hier, zu heute hier. Da haben sie eine schöne Geschichte dazu geschrieben. Leider alles wieder mal auf Englisch. Ich glaube online gibt es das auch auf Deutsch. Dann wird drauf losgebaut. Eine Lego typische Anleitung. Relativ wenige Schritte, Teile. Ich mache es immer wieder falsch. Pro Bauschritt. Und da lässt es sich einfach bauen. Das war kein großes Problem. Wir haben insgesamt zehn Bauabschnitte gehabt. Bei 2500 Teilen sind es ungefähr 250 Teile pro Bauschritt. Relativ viele. Tatsächlich. Also ihr habt einen schönen Bergstein auf dem Tisch. Bin ich so von Lego gar nicht mehr gewohnt gewesen. Jetzt habe ich das Set schon mal aufgebaut. Heimlich ins Bild geschmuggelt. Wir gucken uns aber zuerst die Minifiguren an. Das ist die gleiche Zusammensetzung wie 1989. Wir haben acht Figuren. Davon zwei Piraten und sechs Blauröcke. Was anders ist als 1989, dass wir jetzt auch Frauen dabei haben. Damals waren es nur Männer. Die sehen so aus. Wieso fokussiert das Ding meine Uhr? Der soll die Figuren fokussieren. Die sehen so aus. Schön gestaltet. Schön bedroht. Die Oberkörper sind bedroht. Die Beine leider nicht bei den Figuren. Wir haben auch coole Haarteile dabei. Die Mütze hier ist ganz interessant. Die ist vom Ursprungs-Set extrem selten. Aber die sieht ein bisschen anders aus. Sie ist nicht exakt die gleiche. Wir haben Schwerter. Wir haben auf der anderen Seite, seht ihr es, Gewehre mit dabei. Wenn, dann habe ich die das letzte Mal gesehen bei Lego. Richtig krass ist, weil die wieder haben. Und ansonsten ein paar schöne Soldaten hier am Start. Die haben auch noch Rucksäcke auf. Zeige ich euch mal von der Seite. Also, das ist wirklich schön umgesetzt. Das Äffchen übrigens ist cool. Ich möchte euch mal mit dem Äffchen, ne? Man den so von unten hält, ne? Wo der aufgenommen wird, ist so ein bisschen heller da unten. Ja. Im ersten Moment dachte ich, es könnte ja das sein. Aber an den beiden Poppes, glaube ich, eher weniger. Aber das sieht ja total... Mit dem weißen da unten sieht... Ja. Gut. Da wächst kein Fell an der Stelle auf jeden Fall. So. Das sind die Mini-Figürchen. Ach so. Qualität. Lego schafft es leider aktuell nicht oder immer noch nicht, dass das Weiß auf dem blauen Untergrund wirklich weiß ist. Ihr seht es ja hier. Das ist eher so hellblau. Dieses Muster soll so weiß sein wie die Hose. Ist es nicht. Sie schaffen es nicht, auf dem dunklen Oberkörper ein Weiß zu drucken. Das ist nur einlagig bedruckt vielleicht. Das weiß ich nicht. Aber hätten sie es vielleicht zweimal bedrucken müssen und dann hätten sie das Blau auch wegbekommen. Das ist ein bisschen schade. Ist bei allen Figuren so. Dunkler Oberkörper, weißer Druck, kriegt Lego nicht hin, leider. Bevor wir jetzt zu einem Marketing-Ausrutscher kommen, den ich echt nicht cool finde, seitens Lego, gucken wir uns erstmal die coolen und guten Sachen an. Und die kommen jetzt hier bei diesem Set. Das Erste, was richtig geil ist, alles, was ihr hier an diesem Set seht, sind Drucke. Ja. Lego hat keinen einzigen Aufkleber beigelegt. Es ist alles bedruckt. Alles, was ihr seht. Der Segel sowieso, aber auch hier oben die große Flagge. Alles ist bedruckt. Und das feiere ich dermaßen, wie geil das bitte ist. Für diesen Preis wohlgemerkt. Wir haben hier einen Teilepreis von unter 9 Cent, habe ich eingangs gesagt. 100 Gramm unter 10 Euro. Und sie schaffen das, alles zu bedrucken. Alles komplett. Ich frage mich ernsthaft, warum sie es nicht schaffen, bei anderen 18 Plus Sets, die wesentlich teurer sind vom Teilepreis und vom 100 Gramm Preis her, das nicht zu bedrucken. Warum sie es da nicht machen? Das ist für mich dann noch viel schlimmer, dass sie es da nicht machen, jetzt wo ich sehe, dass sie es können zu einem guten Preis. Egal. Darüber reden wir uns heute nicht auf. Wir freuen uns hier in diesem Set, dass das alles bedruckt ist. So super geil. Ich feiere das, wie gesagt, extrem. Und da gibt es nichts zu meckern. Daumen hoch an Lego und bitte, bitte, bitte so weitermachen. Und zukünftig 18 Plus Sets doch einfach bedrucken. Dann freuen sich die Leute. Dann kaufen sie auch mehr. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber so funktioniert das, glaube ich. Sage ich so als Laie. Naja, wer weiß. Also auf jeden Fall sind das alles Drucker. So, jetzt fangen wir mit den Teilchen an. Wir haben das nächste coole Teil hier. Ein kleines Boot ist ein Formteil. Ja, klar, kein Ding. Hier, Druck, wie gesagt. Aber dieses Boot in dunkelbraun, diese Form ist selten. Gibt es seit diesem Jahr erst neu. Haben wir erst in zwei Sets. Das ist das zweite hier. Ein seltenes Bötchen bis jetzt. Wird wahrscheinlich öfter auf den Markt kommen. Weiß nicht. Aber aktuell noch eine seltene Farbe. Wir haben eine neue Farbe, neues Boot. Coole Geschichte. Gefällt mir. Kleines Ruderboot ist hier mit am Start. So. Aus dem Handelsposten, Tradingposten, haben wir jetzt hier dieses Bötchen mit dabei. Schön. Mir gefällt das Segel. Ich war überrascht, dass hier, na klar ist das Segel, weil ich hätte es wissen können. Aber als ich es auspackte, oh cool, Stoffsegel. Oh, bedruckte Stoffsegel. Und das G fällt mir genauso bedruckt, wie es damals der Fall war. Die Farbgestaltung ist die gleiche. Das hier vorne ist schön gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das hier ahnen könnt über Plate Modified mit Zielklemms dran, mit Hingeplates. Dann wurde das hochgesetzt. Hier vorne ist auch ein Brick Modified mit Hingeplates. Dann haben wir diese Höhe hinbekommen. Also das sieht sehr cool aus. Wir haben ein Steuerrad drin. Wir haben ein Schwert natürlich hier am Start. Also Waffen sind hier generell ein Haufen drin. Also Waffen und Kleinzeug. Extrem viel Accessoires dabei. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Wirklich. Und das ist halt gebaut. Das stimmt auch deswegen natürlich nicht. Brick Build. Cool gemacht. Cool umgesetzt. Schön, dass es mit dabei ist. Ich meine... Ich könnte ja mit dem Ganzen... Ich liebe dieses Thema. Piraten. Gouverneur. Ich liebe dieses Thema. Gefällt mir. Extrem gut. Also das Boot. Allein das Boot. Das baue ich doch zuerst. Anleitung Nummer 1. Super cool. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Ding. Die Festung. Schaut mal. Es gibt hier so viele schöne und liebevolle Details. Ich zeige euch die, die mir am meisten aufgefallen sind. Die am meisten gefallen haben. Es ist hier so viel Zeug dabei. Ich kann das Ding modular komplett so aufbauen, wie ich das möchte. Extrem cool gemacht. Ich habe euch aber noch ein Marketing-Foupage versprochen. Ja. Schaut euch mal was an. Wir haben ja hier diese Gouverneurs-Insel. Das gab ja... Also das sind ja quasi nicht die Piraten. Das sind die Blaurecke. Die Guten. Und wir hatten ja auch so Piraten-Inseln gehabt. Letztens. Bei Lego. Ich sage mal letztens. Pirates of the Barracuda Bay. Genau. Das Set gab es ja. Gibt es, wie wir alle wissen, aktuell nicht mehr. Jetzt kommt dieses Set hier 2023 raus. Und hier steht drin, drittes Anleitungsheft, Seite 71, ganz am Ende, wenn das fertig gebaut ist. If you already have the Lego Ideas 21-322 Pirates of the Barracuda Bay Set, you can dock it alongside the Peer. Wer das Barracuda Bay Set hat, kann das hiermit andocken. Wer das möchte. Wer das nicht hat, kann es aber auch nicht mehr kaufen. Das ist schade. Das verstehe ich nicht. Cool, dass es Kombinierung machen. Cool, dass die wirklich zwei Sets zusammenpacken. Das macht Lego sonst nie. Du kannst bei Lego nicht zwei Sets zusammen kombinieren. Das sind alles Solitär-Sets, die stehen für sich alleine. Jetzt machen sie das mal. Und dann machen sie das zu spät, wo das Set gar nicht mehr im Markt ist. Warum bringt man das nicht nochmal raus? Bei der Saturn-Rakete haben sie es doch auch geschafft, die nochmal auf den Markt zu bringen. Wieso gibt es das jetzt nicht zu kaufen? Ich baue das jetzt, steige gerade vielleicht ein und sehe, oh, es gibt das Set, ich will das auch haben. Und dann kriege ich es nicht bei Lego. Das ist Käse. Das ist richtig großer Käse. Und das finde ich extremst schade. Ich finde es schade, dass ich das hier, dass es so gelöst ist bei Lego, dass die dafür werben, was ich aber gar nicht mehr bekomme. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, okay, das ist ja aber schuld, warum hast du damals nicht gekauft. Ja gut, aber weiß man das erstens. Und zweitens, wenn ich jetzt, wie gesagt, nur einsteige, habe ich nicht die Chance gehabt, es zu kaufen. Das ist schade. Damit wird wieder ein, damit wird irgendwo auch ein Kaufzwang erweckt, weil ich das lese und sehe, oh, ich habe es verpasst. Ich muss jetzt alle Kommen-Sets kaufen, damit mir sowas nicht nochmal passiert. Das finde ich aber keine coole Geschichte. Nö. Und jetzt gucken wir uns das Set an, um wieder zu den guten Sachen und zu den coolen Sachen zu kommen. Also so sieht die Festung aus. Ich drehe sie einmal für euch. Ich zeige euch gleich die Einzelteile nochmal aus der Nähe. Ja, so sieht es einmal im Ganzen aus. Hier der geile, süße Papagei. Ich finde den cool, der gefällt mir, diesen blau-grün-gelb. Sehr schön. Alles, was ihr seht, sind Drucke, wenn ihr hier was seht. Und dann haben wir so einen Verladekran hier. Hier unten ist die Krabbe Sebastian natürlich. Das ist die gleiche wie im Ariel-Set. Generische Krabbe. Aber es ist eine Krabbe dabei. Cool. Also, das ist es. So. Und wir haben hier die verschiedensten Möglichkeiten, wie gesagt. Ich habe das jetzt einmal so komplett als Insel zusammengesteckt. Wir können es aber auch auffächeln und weiß nicht was. Ich ziehe es einmal auseinander. Oh Wunder, oh Magie, oh Magic. Ich stelle einen Teil erst einmal nach hier. Ihr könnt es auch weiter ausnehmen. Keine Sorge, da geht noch was. Aber ich möchte es euch jetzt erst einmal so zeigen. Ich nehme euch mal das hier noch ab. Geht ja alles. Ist ja komplett modular. Super. Und genau. Wir fangen hiermit an. So, schaut mal. Die Rampe. Die Rampe war im Original gedruckt. Das war eine 3D-Grundplatte. Die war natürlich gedruckt. Und die haben sie sehr, sehr schön nachgebildet. Die mit Fliesen. Das haben sie sehr schön gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Was mir noch viel besser gefällt, sind, dass sie überall Gewehre sind. Ja. Hier haben wir oben zwei Gewehre, die hier aus Schießscharten herausgucken. Wenn ich das mal umdrehe, dann seht ihr hier noch ein Gewehr hängt. Da hängt noch ein Schwert dran. Ich drehe noch weiter um. Wir haben hier einen Schlüssel. Wir haben hier innen drin nochmal zwei Gewehre, nochmal ein Schwert. Also an Waffen mangelt es hier überhaupt nicht. Wir haben hier zwei Kanonen. Hier oben ist eine Kanone. Hier unten ist eine Kanone. Die sind natürlich auch drehbar. Die können auch wirklich schießen. Die sind federgelagert innen. Da kann ich was reinladen. Von hinten sieht es dann so aus. Oben eine bedruckte Landkarte. Das haben wir auch schon als Aufkleber gesehen. Und so sieht es dann von hinten aus. Das Tor hier ist zu öffnen. Ist, glaube ich, das gleiche Tor wie im Hokus Pokus Hexenhaus. Das also auch ein neues Teil ist in der Farbe. Jetzt haben wir es hier auch im zweiten Set quasi mit drin. Und hier unten drunter ist noch was Kleines zu sehen. Aber einfach nur was ganz Kleines. Da ist eine kleine Höhle mit so einem Fass und einer Fackel an der Wand. Also das Fass hätten sie da gar nicht reinstellen. Brauchen haben sie aber gemacht. Finde ich schön. So sieht das hier aus. Die Palme da vorne schön gebaut. Ja, mir kann ich dazu gar nicht sagen. Außer es mir sehr gut gefällt. Die Tür hier oben ist Brick Build. Ja, die ist nicht aus dem Formteil. Die ist selbst zusammengebastelt. Extrem cool. Ich feiere am meisten, dass hier so viele Knarren drin sind. Tatsächlich. Und das ist ja nicht. Die sind richtig verschwenderisch damit gewesen. Weil ich habe noch Ersatzteile, die übrig sind. Das hier. So eine ganze Schale voll. Und ihr glaubt es nicht. Als Ersatzteile sind nochmal zwei Gewehre drin. Ja. Nochmal zwei Gewehre. Und ich habe noch ein Schwert drin als Ersatzteil. Zwei Schwerte habe ich drin. Und sogar noch so eine kleine Pistole hier. Auch nochmal. Da sind noch zwei im Set und einen nochmal als Ersatzteil. Ich habe zwei Gewehre, zwei Schwerte und eine Pistole. Noch als Ersatzteil. Ich habe noch zwei Schlüssel mit drin, die hier an der Wand gehangen haben. Also da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Diesmal ausrüstungstechnisch. Huhu. Könnt ihr die ganze Karibik hier mit einnehmen mit dem Ding. Das ist eine coole, coole Geschichte. So. Das schiebe ich jetzt mal hier rüber. Jetzt gucken wir uns mal die Hälfte an. Die Hälfte sieht wie folgt aus. Einmal von vorne wieder so. Da unten Sebastian. Hier so eine kleine Wasserrutsche. Neben Sebastian. Dazu kommen wir gleich nochmal. Auf der Seite sieht es dann so aus. Und von hinten sieht es so aus. Das sind übrigens auch ähnliche Bautechniken wie im Disney-Schloss. Habe ich hier in dem Set enthalten. Vor allem hier vorne diese Eckelemente. Diese Brick Modified mit einer Käseecke drauf. Auch hier haben sie im Disney-Schloss ganz genauso gemacht. Und hier eben auch wieder sehr interessante Bautechniken. Wir haben sie die einfach übernommen. So. Hier unten drin gucken wir mal rein. Wir haben hier einen Weinfass. Da unten ist ein bisschen Wein auf dem Boden. Ich hoffe, ihr könnt das erahnen. Da steht in der Anleitung, dass hier ein Pirat wohl nicht schießen konnte. Oder ein Blaurock nicht schießen konnte. Und dann gibt es ein Leck im Fass. Dann ist hier noch ein bisschen was drin an Details. Da ist eine Leiter nach unten auch. Da komme ich da rein. Und da sehen wir gleich was anderes noch. Denn auch dieses hier kann ich natürlich nochmal auseinandernehmen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist alles komplett modular. Ja. Überraschung. So. Das sieht jetzt so aus. Der Kran krant natürlich auch. Also ich kann hier dran drehen. Da geht es vorne runter. Ich kann es hochdrehen. Dann geht es wieder hoch. Der dreht sich. Und in der Truhe hier vorne, die hier vorne hängt, sind zwei Pistüllchen drin. Zwei weitere eben. Nicht nur als Ersatzteil. So. Jetzt geht es vielleicht besser. Schatztruhe. Skelett von einem Piraten, der sich irgendwie verirrt hat. Der kommt hier nicht mehr raus. Der sitzt hier drin. Einfach so eingebaut. Den sehe ich so kaum. Super, super schönes Detail. So. Und hier oben haben wir noch eine Klappe. Die kann ich aufklappen. Dann komme ich da zur Leiter runter und kann unten in die Schatzkammer gehen, wo eine Schatzkiste steht mit Goldbarren und allem drum und dran. Ich kann hier oben auch noch das Dach abnehmen. Die Modularität ist noch nicht zu Ende. Dort habe ich ein, ich hoffe ihr seht, da ist ein Strohbett gebaut. Auf der Seite. Und da ist noch eine Luke mit bedruckten Holzplanken drauf. Ich komme mit meinen großen Fingern kaum ran. Die kann ich aufklappen. Und dann kann daraus eine Minifigur rutschen und kommt dann hier unten raus. Und kann so quasi fliehen. Ein Gefangener Pirat kann also über dieses Gefängnis auch wieder ausbrechen mit einer Rutsche neben dem Strohbett. Sehr schön. Und jetzt könnte ich das ganze Ding einfach anders aufbauen, so wie ich lustig bin. Ich muss gerade nochmal sortieren. Ich wollte eine bestimmte Riege mal zusammenbauen. Ich muss gerade gucken, wie es geht. Also ich kann das hier nochmal ran setzen. Dann kann ich das hier ran setzen. Jetzt habe ich die Stelle, wo die Barracuda Bay rankommen könnte. So. Dann nehme ich diesen Kran. Den kann ich jetzt hier beispielsweise dran setzen. Und dann kann ich noch diese kleine Festung hier einmal dran setzen. Und dann hätte ich jetzt einmal so eine lange Szenerie, wo hier vorne so ein Schiffchen auch lang segeln könnte. Pitsch, pitsch, pitsch und so. Und hast du gesehen, ich habe dieses ganze Konstrukt hier. Oder ich kann es komplett so machen, wie ich möchte. Nicht, wie es in der Anleitung ist. Denn in der Anleitung habe ich hier nämlich auch verschiedene Varianten. Einmal das, was ich gerade aufgebaut habe. Und hier sind einmal so ein paar Hinweise, wie ich es dann zu einer kompakten Insel zusammenstecken kann, wie ich es anfangs hatte. Ich kann es aber auch komplett anders machen, wie ich das denn möchte. Lasst uns damit mal zu meinem Fazit, zu diesem Set kommen. Es ist in meinen Augen ein nahezu perfektes Set. Ein perfektes Modell von Lego. Es hat einen fairen Preis, sogar schon zu UVP. Ich habe alles Drucke. Es ist bespielbar. Es ist damit auch für Kinder geeignet. Ich komme überall dran. Es ist modular. Es ist kreativ. Es ist gut zu bauen. Es ist sehr viel Liebe zum Detail. Es ist ein sehr, sehr, sehr großer Fanservice. Ich habe schöne, viele Minifiguren dabei. Ich habe viele Accessoires dabei. Ich habe viele Kanonen dabei, wo ich dran ziehen kann. Ich habe viele Spielfunktionen drin. Überall ist hier was zu erblickt. Auch kleine Easter Eggs, wieder kleine Pirater-Skelett, was da eingeschlossen ist unten. Und die Verpackung, das ganze Konzept von A bis Z ist fast perfekt. Die einzigen Kritikpunkte, die ich bei Ihnen hier habe, ist die Bedruckung der Torsos der Minifiguren. Das ist aber generell bei Legung-Themen, das ist nicht in dem Settel nur so. Also hier sind sie nochmal, die Figürchen. Und dass dieses Marketing-Thema mit der Barakuda Bay leider extrem unglücklich ist, dass ich die einfach nicht mehr bekomme jetzt. Dafür wird geworben und das finde ich schade. Das ist so ein bisschen, da habe ich wirklich so gedacht, oh schade. Coole Idee, aber nicht zu Ende gedacht so richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Das ärgert mich ein bisschen. Ansonsten ist es hier ein Highlight. Ein Highlight. Und von mir eine absolute Empfehlung an jeden. Ihr könnt hier nichts falsch machen. Ihr braucht hier das alte von damals. Nicht für teuer Geld kaufen. Ihr könnt hier nochmal was ganz Tolles bekommen. Und das ist in vielen Jahren dann irgendwann auch Nostalgie behaftet. Und das sind meine letzten Worte dazu. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Set unten drunter in die Kommentare. Gerne auch zu dem Video. Zur Tastung zum Schreibt vielleicht auch. Und dann sehen wir uns bestimmt ganz bald im nächsten Video wieder. Und bis dann sage ich wie immer alles Gute und Tschüss hier von eurer Piratenküste.